kann mir also ich kann mir jetzt irgendwie die rollen von irgendjemand anderem snacken bin mir noch nicht so ganz sicher wie das funktioniert muss ich gleich mal ausprobieren oder wird instant sabotiert neutrale rolle ach ich habe mir jetzt eine crewmate rolle geschnappt ach ich kann damit okay 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 jetzt raff ich es dadurch weiß ich dass ben crewmate ist ist das richtig ich habe mir jetzt die rolle von wenn ich das jetzt richtig verstanden habe habe ich mir die rolle von ben gesnackt dadurch dass ich jetzt crewmate bin heißt es dass ben auch crewmate ist ich denke ich habe das jetzt richtig interpretiert das heißt falls man sass auf ben ist kann ich ihn helfen wenn nicht wenn das nicht der fall ist gebe ich ihm alibi und der gewinnt die runde anders das ding geht krachen immer rüber zu reaktor wie gesagt diese kill protection ist das aber klar dass lausch jeder jahr ist simon sess äh flo warum drückst du den button nicht was los also floh und ich sind gerade unter electric den gang lang gelaufen ja und da ist komischerweise eine pinke leiche verschwunden und das war dann easy gerade auf dem gang und ich renne dann natürlich direkt zum button und während des floh einfach weiter gelaufen wo war die leiche was heißt verschwunden in dem gang die ist so so plötzlich weggegangen ja aber wie konntest du den knopf denn drücken wenn grad sabotiert war also ben war da in der nähe ich habe gespammt achso okay 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 was sagst du kenny ben war da in der nähe gewesen aber das ist interessant weil ich bin nämlich dieses orbitale save ich will es jetzt ich will es noch nicht verraten aber gambo kann mich sichern tausend prozent und ich kann auch gambo tausend prozent sichern ja dann glaube ich euch beiden mal das heißt jetzt sind wir einfach bei dem poster das würde doch heißen wenn die leiche du live gesehen dass wie die leiche verschwunden ist das floh der undertaker ist der die leiche gerade huckepack genommen hat das kann sein das kann sein während floh drauf war ist sie weggegangen wer war denn noch da wer weiß ich nicht ein undertaker macht doch nicht den leiche wegtragen doch der undertaker kann die leiche wegtragen ja aber dann verschwindet ihr nicht ne stimmt wie hieß die andere rolle die leichen verschwinden kann ähm ja 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 hausmeister ne ja dann bist du halt die andere imposter rolle floh es endet ja jetzt nichts an dem verdacht raus oder du kannst ja nicht von weit entfernt die leiche weg machen gibt es irgendeinen der die von weit weg machen nein 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 also ich hab da niemand anderes gesehen und sonst hätte floh auf den kopf gedrückt und wie weit stand floh von der leiche weg er stand genau drauf und da ist sie verschwunden und dann ist die verschwunden ja also floh weiß ich jetzt nicht und er ist ja dann auch weiter gelaufen also willst du dazu noch was sagen also er kann ja auch nicht mal der jester sein weil die leiche ist ja wirklich verschwunden auch was ist die range von dem man das verschwinden lassen kann die junge floh ständig so sinnlose fragen ja und der wort ist für mich klar ich glaub also ich war noch nie jetzt janitor aber ich denke man mussten ja hier stehen oder ich vertraue flauschi blind hab ich schon immer gesagt aber floh verteidigt sich irgendwie auch gar nicht ja aber für nen jester hat er zu viel geredet ne das kann ne aber er kann ja nicht zwei rollen haben und außerdem hat er nicht gereportet tschau tschau aber floh ist wirklich der geborene jester ne das stimmt der wird eh immer rausgebotet ich hab kurz schiss gehabt dass er wirklich jester ist aber krass ben äh sieht das dass ich seine rolle angenommen hab krass ich dachte das wäre jetzt so ein ding dass ich das jetzt weiß aber er nicht aber der kriegt das irgendwie angezeigt dass ich dem seine rolle gemopst hab die 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 ist tot. Den hab ich gerade eben noch in der Cafeteria gesehen. Ben hat gerade meine Rolle geklaut. Wer, was? Was ist passiert? Ben hat meine Rolle geklaut. Ben hat deine Rolle geklaut? Nein, das kann nicht sein. Ich hab dich gesehen. Du kannst mich nicht gesehen haben. Ich hab dich gesehen. Wo denn? Warte, 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 warte. Stopp. Lisa war oben aber, ne? Also wenn jetzt Ben oben liegt, hat jemand gerade gesagt, Lisa ist ganz oben rechts. Stopp. Was hat Flauschi gerade gesagt? Ben hat meine Rolle geklaut. Wie machst du das? Woran machst du das aus? Weil er jetzt tot ist. Weil da so ein Zeichen war und ich jetzt eine andere Rolle habe. Und da stand ganz rollenklaut. Wait. Gibt's nicht eine Rolle, dass wenn man sich in jemanden reinmorpht, dass man dann stirbt? Also nur wenn's Imposter ist, stirbst du dann. Ich bin aber kein Imposter. Ich war vorher, ich musste so Fallen legen, so Fake-Vans und Fallen. Das Ding ist durchflauschi. Hä? Nee, nee, nee. Ich bin jetzt Shifter, weil Ben mir seine Rolle gegeben hat und er meine hatte. Hä? Warte, jetzt komm ich durcheinander. Oh! Ich verstehe gar nichts mehr. Lisa war oben, das kann ich euch sagen. Aber klar, ich war oben. Also ich bin... Und ist mir komisch hinterhergelaufen, sorry, ne? Also sehr komisch. Ich war voll lange an der Tür einfach drangestanden. Also ich bin in Mad Bay und jetzt habe ich meine vorletzte... Ich werde jetzt die Rolle von Ben einmal nachlesen, damit wir Bescheid wissen. Ja, okay. Und jetzt werde ich... Ich bin nämlich auch gerade dabei, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich kann mich in Leute verwandeln, verwandle ich mich in einen Imposter, bin ich automatisch tot. Ja, schau. Aber ich war ja kein Imposter. Ich habe nachgelesen und Ben ist draufgegangen, weil er sich in einen Imposter verwandeln wollte. Ja, dann wollte ich mich. Ich habe Fake-Vans gelegt und musste so fallen schenken. Ich wollte gerade sagen, nein, nein, also ich hatte schon recht, weil ich wusste, dass Ben meine Rolle hat, weil ich da Vorschifter war. Ja. Und deswegen kam der Call von Ben mit, dass ich ihn giga-safen kann, weil ich jetzt Crewman bin. Aber das von Flauschi klingt irgendwie glaubwürdig, muss ich leider sagen. Also ich habe Angst, dass wir jetzt Flauschi rauswerfen, sie war es nicht. Ich bin es nicht. Ich war vorher Trapper. Aber warum ist Ben denn jetzt draufgegangen? Das kann ich dir nicht. Es gibt auch noch Imposter, die Leute killen. Das Ding ist eine ganz komische Sache. Also pass auf, ich möchte mal kurz meine Sicht erklären. Ich war nämlich ganz unten links und ich habe links nämlich alle Aufgaben erledigt. Dann dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt den anderen Weg, also gehe ich oben lang, wollte dann Richtung Cafeteria. Dann habe ich Fabi gesehen, er hat sich in mich gemorpht. Und wo ist Ben? Ich war nicht oben. Fabi hat sich gemorpht? Ich habe mich aber da gesehen, warte, dann bin ich zur Cafeteria weitergerannt, weil ich halt melden wollte, dass Fabi sich in mich gemorpht hat. Und in dem Moment ist scheinbar Ben gestorben und ich habe dann den Knopf gedreht. Hast du sonst noch jemanden in Cafeteria gesehen? Ich hatte Ben in Cafeteria gesehen. Ich hatte, glaube ich, also ich weiß nicht, wen ich da noch gesehen habe. Da war noch jemand safe, also kompliziert. Ich war lager, aber ich bin halt jetzt Shifter. Aber es ist halt so komisch, dass ich Fabi gesehen habe oder Ben hat mich die ganze Zeit gemorpht. Du kannst aber nicht Shifter sein. Ich bin jetzt Shifter, was soll ich dir sagen? Aber wie soll das funktionieren? Weil du mit Ben die Rollen getauscht hast und jetzt Ben mit mir die Rollen getauscht hat. Und Ben ist jetzt tot. Ja, aber ich war so ein Trapper. Ich kann das alles nicht. Er kann doch auch gekillt worden sein. Ich muss auf Hawaii, Elina. Ja? Ja, bitte. Ich wollte einfach mal gucken, wie es dir so ausschaut. Und ich wollte fragen, Candy, wo bist du langgelaufen? Weil wir sind beide von Communication losgelaufen, als Projekte anging. Und da bist du mit meiner Lagerung. Du standst da so komisch, halt irgendwie random rum. Habe ich auch nicht verstanden. Candy, wo bist du jetzt gerade? Und dann bist du langgelaufen? Ja. Ich bin bei O2 jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade so Blätter rausgeschmissen. Mach meine Aufgaben. Da hast du einfach auf Reaktor geschissen. Wenn man das so sagen will, ist das... Ja, dann habe ich das getan, ja. Das ist... Hartz, Candy macht nie mehr. Wer war noch bei dir? Was? Wer war noch bei dir irgendwo in der Nähe? Ganz alleine. Niemand kann bezeugen, dass ich bei O2 war. Mhm. Gambo, was machst du jetzt mit der Information? Willst du mich jetzt rauswerfen? Ich frage einfach nur. Nee. Weil, Gambo, du warst ja federführend dafür, dass jetzt Flauschi, eine unschuldige Person, rausgeflogen ist. Das kann man so sagen, ja. Du warst der Erste, der Flauschi sofort ohne irgendwelche Beweise irgendwas rauswerfen wollte. Das Ding ist, schau mal, Elina ist zum Knopf gegangen. Ich bin Elina entgegengelaufen. Elina hat den Knopf gedrückt. In der Sekunde muss Ben gestorben sein. Das heißt, irgendein Außenstehender, der hat noch... Also, da war noch jemand in der Cafeteria, aber ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, wer... Ich glaube persönlich, dass es Lisa ist. Warum ich? Weil ich dich da gesehen habe und du auch komisch standst, tatsächlich. Aber ich kann es nicht beweisen, deswegen warte ich da nochmal ab. Aber meine Augen... Ich würde so gern, wer da noch in Cafeteria war. Aber um zu der Task, zu Navigation zu kommen. Es könnte auch Gambo sein, es könnten viele sein, deswegen... Nein, ich kann es nicht sein, ich bin giga safe. Ich skippe das und... Weil Elina zackt ja nicht einfach so, dass Fabi sich in sie verwandelt hat. Das stimmt. Ich war da nicht. Ich skippe jetzt, weiter geht's. Dass Fabi raus soll. Das ist einfach random erworben. Nein, lass nicht. Lass schnell Aufgaben machen. Ist ja an sich nur noch ein Imposter, wenn ich das... Also, ich bin fertig gemacht, würde ich nur sagen. Ich auch noch nicht. Mach gerade den Candy. Ganz schön schwierig hier, Anis. Candy ist bei mir. Candy ist O2, da wo ich die Task machen muss. Eine Blättertask scheint abgebrochen worden zu sein. Deswegen macht er die jetzt nochmal. Das ergibt Sinn. Before Cams. Okay, das hat jetzt gerade jeder gesehen. Fehlt nicht mehr viel. Ich habe noch einen Knopf, den ich drücken kann. Ich denke, ich gehe Storage. Candy, Junge, geh weg. Elina hat gesehen, dass Candy hier ist. Elina Candy, Elina Candy, Elina Candy. Ich gehe jetzt den Knopf drücken und check die Leiche. Elina Candy. Okay. Ja. Hä? Hä? Nilsklärchen. Warte mal. Fabian, wo bist du? Ich bin in den Camps. Ja, die waren die ganze Zeit an. Sorry. Aber wir waren alle beieinander. Elina ist Timeshifter oder Gambos Timeshifter, weil neben mir das gerade passiert ist. Gerade lief die Zeit zurück. Elina, bist du Timeshifter? Sehr ehrlich. Bin ich nicht. Bin das Gambo das eigentlich, oder? Nee, bin ich auch nicht. Wieso? Lief die Zeit bei euch auch von zurück? Mann, ich höre hier auch gar kein M.A. Es ist alles so leise, Mann. Fabi, was bist du für eine Rolle? Ich höre dich nö. Ich war gut. Warfling ist der. Habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe doch gesagt, der hat sich nicht gemeint. Ja, ich denke auch. Können tote Timeshifter, also Timekeeper, keine Ahnung, wie das ist? Nee, das glaube ich nicht. Nee, oder? Was meinst du, Andy? Was für eine Rolle bist du? Andy. Andy. Fabi, welche Rolle bist du? Crewmate. Einfach ohne irgendwas? Einfach Crewmate? Bin einfach Crewmate. Also was soll ich denn sein? Hä? Aber wenn Lisa down ist, wir waren doch alle beieinander, oder? Ja gut, wo Lisa lag, wissen wir nicht. Oder? Nee. Nee. Gambo? Also ich bin Camps links. Ich weiß nicht, wo. Ja, ich habe irgendwie eine... Ich habe Gambo, glaube ich, da zwischen Shields und Navigation und Camps gesehen. Und hast du Lisa an der Camp gesehen? Ich habe Lisa nicht an der Camp, also... Ich muss leider sagen, mein Vote ist bei Fabi eigentlich leider. Candy pusht mir aber gerade zu sehr... Oh, Elina, wen hast du gevotet? Fabi, ich auch. Ist durch. Fabi, wen hast du gevotet? Ich habe Candy jetzt gevotet, wenn er mich votet. Hä? Was ist denn das für eine sobe Frage? Wenn Gambo mich votet, ist jetzt ein Draw und dann geht es weiter. Ja, das Ding ist, eigentlich ist es... Also wenn man es jetzt abzählt, ist es Fabi. Aha. Aber Candy pusht mir zu sehr, sage ich ehrlich. Ja, okay. Ja, wenn Fabi jetzt... Ach, ist das täglich. Nein, war okay, aber... Genau. Ist das kacke, Mann. Ich gönne das Candy so null, wirklich. Ja, aber was kann dir passieren, wenn du Fabi rausmotest? Nur, wenn Candy Jester ist, haben wir verkackt. Ich bin enttäuscht von dir, Gambo, wirklich. Dass du mir nicht glaubst. Ich habe so geschrien. Ich bin so ein Täusch von dir, Gambo. Ich habe sie das erste Mal, wollte ich sie killen, dann hat sie die Zeit zurückgespult. Dann habe ich irgendwie so ein Zersplittergeräusch gehabt. Dann konnte ich sie fünf Sekunden nicht killen. Ja, ich habe ein Schild gehabt, aber das ging... Dann habe ich schnell diese Türen zugemacht. Ich hatte dann einen anderen Kampf mit Lisa in den Fließ. Das war so wild. Wer hat Bänder umgebracht? Ich habe mich in Ben verwandelt, in Elina verwandelt. Und habe dann ganz schnippelnd einfach panisch in der Heckle auf der Gambo. Ich habe Ben einfach eine Millisekunde vorm Boot noch schnell weggehauen. Nein, Elina hat doch gesehen, wie sich Fabi verwandelt hat. Diese Worte ja nicht direkt rausgeworfen. Ich habe einfach so ohne Sinn einfach gesagt, ich war nie da oben. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Fabi war doch viel mehr sass als ich. Ich habe einfach gesagt, ich war nie da oben. Das war auch nicht verstanden. Ja, so gesehen warst du schon ein bisschen sass. Aber für mich war das mit dem Call, ich wusste halt, dass der Shifter stirbt. So, das war klar. Aber dass Flauschi, also dass du da gestorben bist, als Flauschi das Hass war, war für mich halt der Call. Ja, raus mit der. Super Runde.